Also für mich war die Amputation eine Erlösung. Vier Monate nach der Amputation begann meine Reha von fünf Wochen, wo ich zum ersten Mal eine Prothese verpasst bekommen habe. Und für mich wurde es also am zweiten Tag des Prothesentragens, ist für mich bereits festgestanden, dass das Leben sehr schön weitergeht. Kenebo unterstützt mich vor allem in der Gangsicherheit, sprich jeden Schritt oder das Umdrehen oder das Hinsetzen und das Ein- und Aussteigen und vor allen Dingen die Sicherheit beim Gehen. Die Liebhaberei zum Oldtimer ist bei mir seit frühester Kindheit. Hägen und pflegen und sauber halten und ganz einfach liebhaben. Das ist Oldtimerei für mich. Und ich liebe nach wie vor Autofahren und kann es auch uneingeschränkt Gott sei Dank machen. Amen. Alles ist das, was wir uns clone.